Herzlich Willkommen zur Roten Couch. Mein Name ist Leopold Bochtler vom Published Industry Verlag und mein heutiger Gesprächspartner ist Michael Holzbauer, Senior Vice President Sales für Zentral-Ost- und Nordeuropa bei BarTech. Hallo Michael. Hallo Leopold. Zuallererst würde mich interessieren, wer ist BarTech und wo liegen Ihre Schwerpunkte? Ja, BarTech, wie viele wissen, ist seit 48 Jahren im Explosionsschutzbereich unterwegs. Wir sind Weltmarktführer in diesem Bereich, weil wir das breiteste Produktportfolio anbieten können. Und wie sieht die aktuelle Marktsituation aus? Ist sehr gut. Wir sehen auch hier eine komplette Transformation in digitale Produkte. IOD, wie generell der normale Industriesektor gerade sich auch entwickelt, hält jetzt auch in unseren sehr konservativen Markteinzug. Okay, und welche Lösung bietet BarTech seinen Kunden weltweit an? Wir bieten alles rund um den elektrischen Explosionsschutz in den Bereichen Steuerverbindungstechnik, elektrische Begleitheizung und Automatisierungstechnik an, was wir auch in den Branchen Öl und Gas, Pharmazie, Chemie, als auch in den neuen Branchen oder Verticals, wie man so schön sagt, in Wasserstoff als auch LNG verwenden können. Können Sie uns hier vielleicht Referenzprojekte nennen? Ja, gerne. Wir sind gerade dabei, eines der größten Bio-Raffinerie in Leuna auszustatten mit unseren Begleitheizungssystemen, wo auch die komplette Unterverteilung mit inkludiert ist, als auch die grüne Wasserstoff-Stadt in Saudi-Arabien mit einem deutschen Industriehersteller ausstattet. Der sollte auch bekannt sein, wo wir die komplette Unterverteilung für den Elektrolysator auch beliefern. Okay, vielen Dank Michael für die Antworten und die spannenden Einblicke und ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Vielen Dank.